Gut, so viel dazu. Dann machen wir mit dem weiter, worum es heute geht. Es geht um Farbe und Licht, wie es hier steht. Dazu ein paar einleitende Worte. Farben als Gestaltungsmittel sind durchaus eine ganz wichtige Sache. Mit Farbe oder vor allen Dingen mit Farbabstufungen, um die es heute sehr viel gehen wird, kann man sehr viele Verbesserungen machen. Also wenn man sich damit ein bisschen auskennt, kann man wirklich schlechtes Design ziemlich leicht, schon ein ganzes Stück weit verbessern, indem man einfach die Farben anpasst oder die Farbabstufungen anpasst. Es geht vor allen Dingen um diese Farbabstufungen, damit Objekte plastisch erscheinen. Denkt wieder zurück an die Vorlesung Wahrnehmung des Menschen oder beziehungsweise Wahrnehmung als Hypothesenbildung hatten wir sie ja genannt. Es geht darum, dass wir uns in einer plastischen Welt zurechtfinden müssen. Deswegen müssen auch die Objekte am Bildschirm plastisch dargestellt sein können. Außerdem ist diese Plastizität auch nötig, damit ich überhaupt Unterscheidungen machen kann. Was ist ein aktives Objekt, also was kann ich anklicken, und was ist einfach nur die Fläche, wo irgendwas draufsteht. Das muss man ja unterscheiden können. Wenn man das nicht richtig macht, dann wird die Oberfläche schwer zu bedienen. Nicht gar nicht bedienbar, man kommt schon irgendwie dahinter. Aber es dauert dann halt länger, und das ist eine erzwungene Sequentialität, wie wir es ja beim letzten Mal besprochen haben. Zum anderen haben wir bei Farbgestaltung aber auch gewisse Einschränkungen. Und das gilt zum einen, dass wir eingeschränkt werden, weil uns jemand bestimmte Farben vorgibt. Wir sehen nachher ein Beispiel, ein Farbbeispiel, ein Design von der Sparkasse. Mit diesem Knallrot von der Sparkasse. Da kann man relativ wenig machen. Also wir werden nicht zur Sparkasse gehen können und sagen, ah, wir sind hier die Ergonomie-Experten, das muss aber viel gedämpfter gestaltet werden. Dann werden die sagen, nee, das ist aber nur mal die Farbe, die für die Sparkasse die Farbe sein muss. Gut, da können wir nichts machen. Und zum anderen sind wir auch nicht unbedingt als Informatiker diejenigen, die die Fragen der Farbästhetik lösen können. Vielleicht auf persönlicher Ebene, aber die Informatikausbildung als solche gibt uns das nicht so richtig her. Das heißt, unter solche Sachen, die man zur Farbe oft hört, wie zum Beispiel das, was in diesem Farbkreis hier so drinsteht, das ist ein Farbkreis von Goethe aus seinen Bänden, der Bände und Bände über Farbe geschrieben. Goethe war ja nicht nur ein Dichter, sondern hat sich vor allen Dingen auch als Naturwissenschaftler gesehen und hat dann gerade in diesem Bereich sehr viel gemacht. Und da sind die Farben häufig mit irgendwelchen Eigenschaften versehen. Also ihr seht, bei Gelb steht hier gut und da oben bei Rot steht Vernunft und sowas. Solche Zuordnungen gibt es natürlich auch heute noch. Also zum Beispiel, dass man sagt, Blau ist so eine nüchterne Farbe. Das sieht man einfach, da kann man daran schon sehen, dass eigentlich alle Nachrichtensendungen, egal auf welchem Sender ihr Nachrichten guckt, eigentlich immer irgendwie in Blau gehalten sind. Zumindest die Nachrichten, die ich gucke. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch woanders ist, aber Blau ist eine sehr beliebte Farbe gerade für Nachrichten, so nüchtern. Hingegen sind so Farben wie Gelb und Rot eher so aufreizende Farben. Und nicht umsonst hatte gerade diese Kombination wahrscheinlich die Firma McDonalds ziemlich lange. Das wird nicht ganz von ungefähr gekommen sein. Aber das sind so Fragen, um die wir uns hier an dieser Stelle nicht kümmern werden und nicht umsonst kümmern können. So viel dazu. Ich muss jetzt, ihr müsst stark sein, ich muss es einfach hier etwas dunkler machen heute. Also ich bitte euch trotzdem nicht einzuschlafen. Aber wenn ich das hier so hell habe, dann überstrahlt das so. Und wenn es über Farbe geht, dann kann man leider gar nichts richtig erkennen. Deswegen muss ich es dunkler machen. Ich versuche es mal mit dieser Grundbeleuchtung. Vielleicht ist das. Mal gucken. Ja, das ist doch ganz gut. So kann man das auch erkennen. Und vor allen Dingen auch hier, ich weiß nicht, ist euch vielleicht beim letzten Mal, bei den letzten Malen schon mal aufgefallen, der linke Beamer ist erheblich besser als der rechte. Also guckt heute im Zweifelsfalle auf diese Seite. Da sind die Farben schöner. Um was geht es also, wenn wir um sowas gehen? Ich habe ja schon von Farbabstufungen und Plastizität und sowas gesprochen. Was ist also der wichtige Aspekt? Der wichtige Aspekt ist die Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung. Ich glaube, auch dieses Bild hatten wir schon mal einmal, aber wir gucken uns heute ein bisschen genauer an. Dieses Bild wirkt ja sehr plastisch. Man hat einen sehr starken Tiefeneffekt. Woran liegt das? Das liegt natürlich einmal an dem hervorragenden Fotografen, mein Kollege Harald Selke. Aber vor allen Dingen liegt es da dann auch daran, dass er gesehen hat, dass das so eine plastische Szenerie ist und sie so fotografiert hat. Und die Plastizität kommt hier dadurch zustande, dass die Luft bestimmte Eigenschaften hat. Nämlich die Luft ist ja nie ganz klar und hier war sie auf jeden Fall nicht ganz klar. Und deswegen ergeben sich so bestimmte Effekte. Er hatte hier die Sonne offensichtlich hinter sich und der Vordergrund ist hell beleuchtet. Nach hinten hin, weiter weg, wird es dunkler, was lichtunggreifend daran liegt, dass ja Teilchen in der Luft sind. Das heißt, das Licht hat sowieso einen längeren Weg, zum Auge zurückzulegen und dabei wird es abgeschwächt, dadurch, dass Teilchen in der Luft sind. Dadurch wird es hinten dunkler. Der gleiche Grund ist dafür zuständig, dass es hinten weniger gesättigt ist. Das heißt, vorne kommen die Farben quasi klar rüber, so wie die Dinge sind, die da sind und weiter nach hinten ist immer mehr von dem, was ich sehe, ja dunst. Also einfach so ein Schleier darüber. Und das heißt, die Farben werden weniger gesättigt, wirken ja so wie Pastellkreide, so in diese Richtung geht es dann. Und, und das ist eine Frage, die mit der Lichtbrechung in verschiedenen Wellenlängen zu tun hat, nach hinten wird es auch blauer. Den Effekt kann man vor allen Dingen daran beobachten, dass der Himmel ganz blau ist. Also wenn man einen blauen Himmel hat, der wirkt ja wirklich komplett blau. Das liegt an der Lichtbrechung an der Luft selber. Die physikalischen Gründe sollen uns hier an dieser Stelle mal gar nicht interessieren, aber man sieht auch ja hier, dass das so ist. Also wenn man ganz hinten in die Ferne guckt, da hat man so einen richtigen Blauschleier über den Dingen. So, diesen Trick, oder diese Erkenntnis, nicht Trick, das ist ja nur eine Erkenntnis, erstmal können wir uns zunutze machen, um zu erkennen, was vorne ist und was hinten ist, selbst wenn wir immer nur einen ganz kleinen Teil des Bildes sehen, und ich hoffe, das kommt jetzt gut rüber, ich bin mal gespannt, also wenn wir uns nur diesen kleinen Teil angucken, dann sehen wir trotzdem, was vorne ist und was hinten ist. Nämlich wir sehen, dass der untere Teil heller ist als der obere Teil. Das heißt, wir können eine Hypothese anstellen in unserer Wahrnehmung, der untere Teil wird wohl vorne sein, und der andere Teil wird wohl hinten sein. Gucken wir an eine andere Stelle. An dieser Stelle sehen wir, dass es hinten blau ist und vorne nicht. Auch hier kann man so eine Hypothese anstellen. Noch eine Stelle, hier haben wir wieder diesen vorne hell, hinten dunkel, oder vorne gesättigter, hinten ungesättigter, würde hier auch funktionieren, diesen Effekt. Das heißt, so eine Szenerie, die so plastisch gestaltet ist, unterstützt extrem diese Hypothesenbildung, die wir ja immer brauchen, weil wir ja die Szenerie abfahren müssen mit dem Auge, uns erschließen müssen erst. Also, das ist eigentlich ein gewisses Ideal. Was hat das jetzt mit unserer Darstellung am Computer zu tun? Wie stellen wir denn zum Beispiel einen Button dar? Eine erhöhte Fläche irgendwie. Das können wir auf genau die gleichen Arten und Weisen tun. Und noch ein paar zusätzliche. Gucken wir mal hier drauf. Wir wollen dieses Objekt auszeichnen. Das heißt, wir wollen es sich abheben lassen vom Rest. Und das kann man jetzt nicht nur metaphorisch, sondern auch richtig wörtlich verstehen. Es soll also quasi vor dem anderen, vor dem Hintergrund erscheinen. Wie machen wir das? Durch einen Helligkeitsunterschied kann man das machen. Wir machen das sich abhebende Element heller als der Hintergrund. Das funktioniert hier auf diese Art und Weise so. Wir können es auch durch einen Sättigungsunterschied machen. Wir machen das vordere Element gesättigter als den Hintergrund. Jetzt haben wir aber den Effekt, dass es ein bisschen kurios ist, weil der Hintergrund jetzt heller ist als der Vordergrund. Da ist irgendwie so ein eigenartiger Konflikt. Deswegen machen wir vielleicht besser beides zusammen. So. Und jetzt ist es zu ziemlich offensichtlich, was vorne ist und was hinten. Nicht nur, weil vorne draufsteht, sondern man sieht ja auch, dass das einem regelrecht entgegenkommt. Es gibt natürlich andere Methoden. Man kann so einen Schlagschatten simulieren. So. Natürlich auch ein Effekt, der das Objekt sehr nach vorne kommen lässt. Wir werden in einer späteren Vorlesung noch mal genau besprechen, wo man da genau hinguckt und welche Hinweisreize es da eigentlich genau gibt, die einem da helfen, das zu erkennen, dass das jetzt vorne ist. An dieser Stelle wollen wir es mal einfach so dabei belassen. Aber diese Möglichkeit gibt es, so einen Schatten zu nehmen. Man kann es auch viel einfacher machen. Und nimmt einfach nur zwei so Kanten. Eine Kante links und oben heller und rechts und unten dunkler. Das ist so die Variante, die war zu Zeiten von Windows 95 sehr stark Standard. Die ist aber auch heute noch ziemlich gut. Die funktioniert ziemlich gut. Sieht vielleicht ein bisschen altmodisch aus. Aber rein ergonomisch ist das gut. Hier hat man dann offensichtlich angenommen, dass das Licht von da aus der Ecke kommt. Links oben in der Ecke. Ja, und dann gibt es natürlich noch weitere Kombinationen. Also Helligkeitsverläufe kann ich zum Beispiel noch einbauen. Ein Schlagschatten ist ja auch noch drin, müsste ich eigentlich auch noch fett machen. Da ist jetzt zusätzlich noch kaum sichtbar ein kleiner Helligkeitsverlauf von oben nach unten in der vorderen Fläche drin. Das macht das Ganze noch einmal etwas plastischer. Es kommt noch mehr heraus, wenn man sowas macht. Das sind Möglichkeiten, wie man Objekte auszeichnen kann. Verschiedene Arten Möglichkeiten. Und die haben alle mit dieser, na gut, mit den Schatten zu tun. Entweder das, oder eben mit diesen Helligkeitsabstufungen, über die ich eben gesprochen habe. Oder Sättigungsabstufungen. Und damit kann man das hinkriegen. Hier noch einmal im Überblick. Nur wenn man sie so sieht, sehen sie alle irgendwie fast gleich aus. Aber hier sind also auch wieder noch einmal im Überblick alle diese Möglichkeiten dargestellt. Wie kann man das nutzen? Dieses Beispiel hatte ich schon mal von Windows 8, das ist, glaube ich, letzte Woche am Anfang gezeigt. Diese Charms Bar. Und man entdeckt diesen Button halt nicht. Also man kommt nicht auf den Gedanken, dass PC-Einstellungen ändern ein Button sein könnte. Oder eine aktive Fläche könnte. Auch ein Link könnte man auch sagen. Wie kann man das machen? Die ganz einfache Art und Weise wäre doch einfach aufhellen. Nur den Hintergrund an der Stelle aufhellen reicht schon. Mehr braucht es gar nicht. Es braucht keine irgendwie ganz komplexen Effekte oder sonst irgendetwas. Nur aufhellen. Man sollte eigentlich meinen, dass das mittlerweile sehr bekannt ist. Es war ja auch eigentlich immer üblich, dass solche Objekte, die man anklicken kann, herausgestellt werden. Kurioserweise passiert mitunter in der Entwicklung das Gegenteil. Zum Beispiel bei Adobe Lightroom, da hat man es jetzt für nötig nicht gehalten, die Oberflächen so darzustellen, dass man die Buttons irgendwie gar nicht mehr richtig erkennt. Die Buttons kommen auf einmal nicht mehr, treten nicht mehr hervor, treten nicht mehr heraus, wie diese OK-Abbrechen-Button da auf der rechten Seite oder hier auch unten OK-Abbrechen, ganz davon abgesehen, dass die OK-Abbrechen heißen, was ja sowieso schon Sakrileg ist, wie ihr wisst. Aber irgendwie sieht man sie gar nicht mehr besonders gut. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Unterscheidung kaum noch da ist. Es ist nur noch dieser Rahmen. Es ist ja nicht so, als hätten wir heute 1-Bit-Bildschirme, die nur monochrom sind, wo wir nur Rahmen darstellen könnten. Es ist ja nun wirklich ein leichtes, diesen Button herausstehen zu lassen. Noch problematischer ist das Ganze übrigens bei den Eingabefeldern. Also zum Beispiel, da steht ja Breite 16, dass diese 16 ein Eingabefeld ist, was man reinklicken kann und was ändern kann, ist optisch überhaupt nicht sichtbar. Auch da wäre eine Unterscheidung einfach durch eine Helligkeitsabstufung sehr hilfreich. Ich weiß nicht, was sie bei Adobe zu diesem Design getrieben hat. Ergonomischer geworden ist es jedenfalls nicht dadurch. Dass sich solche Flächen, die aktiv sind, abheben müssen, räumlich abheben müssen und nicht nur einfach auffälliger sein müssen, kann man an diesem Beispiel hier schön zeigen. Das ist ja wirklich ein älteres Beispiel. Einer Website. Und die Frage ist jetzt, also ich kann hier suchen in einer Literaturdatenbank und jetzt fragt man sich ja, wo ist denn der Auslöser für die Suche? Wie sticke ich denn diese Suche ab? Und was ist der Auslöser für die Suche gewesen? Dieses animierte Bild da links, wo die Lupe da ständig über Search hin und her geht. Da muss man draufdrücken, um diese Suche abzuschicken. Das ist bei weitem das auffälligste Element in diesem Formular. Nur warum erkennt man das nicht als Button? Das hat eine ganze Menge Gründe. Einige davon kriegen wir erst in späteren Vorlesungen. Also zum Beispiel, dass es der Leseflussrichtung nicht entspricht. Das wäre also, wenn es unten rechts wäre, wäre es wahrscheinlich schon mal ein ganzes Stück einfacher, dass man auf den Gedanken kommen werde, da drauf zu drücken. Das übliche Aussehen von Knöpfen, also dass irgendwas vielleicht aussieht wie ein Schalter oder sowas, das ist aber auch eher so eine Art Konvention. Auch das ist hier nicht gegeben. Die Animation lenkt stark ab. Und es gibt so einen Effekt, den kann man beobachten, den nennt sich Animation Blindness. Den haben wir auch alle mittlerweile gut drin, wenn wir auf Websites gucken, wo Werbung drauf ist, dass wir die Werbung absichtlich nicht mehr sehen. Also Animation Blindness kann dazu führen, dass man sich daran gewöhnt, auf etwas Animiertes absichtlich nicht zu gucken. Man merkt zwar, dass es animiert ist, und es kann einen auch nach wie vor ablenken, aber man beachtet es nicht. Also man liest es nicht mehr, was da ist. Das ist natürlich nicht erfreulich an dieser Stelle. Und es hebt sich räumlich überhaupt nicht ab. Es steht ja nicht heraus. Also wenn das Ganze jetzt ein herausstehender Button an dieser Stelle wäre, auch wenn er dann an kurioser Stelle wäre, würde das sicher funktionieren, man würde es als Suchenknopf akzeptieren können, beziehungsweise auch erkennen können. Diese Möglichkeiten der Herausstellung des Nach-Oben-Stellens begegnen uns im User-Interface an allen möglichen Stellen. Ich zeige euch hier noch ein Beispiel. Gleich kommen neuere davon. Dies ist ein Beispiel auch aus der Zeit von Windows 95. Solche Art von Dialogen gibt es auch heute noch manchmal. Ihr seht diese Reiter da oben. Und jetzt versucht man zu sehen, welcher Reiter ist eigentlich der Aktivierte. Das ist nicht leicht. Denn der unterscheidet sich von den nicht aktivierten Reitern eigentlich nur durch einen einzigen fehlenden Strich. Also der Strich unten. Und ich glaube, es ist ein Pixel höher als die anderen Reiter gezeichnet. Wenn man ganz genau hinguckt. Es ist auf jeden Fall schwer zu erkennen. Dabei kommt bei dieser Art des User-Interfaces mit diesen Reitern sowieso noch andere Sachen dazu. Nämlich, dass wenn man jetzt oben den Reiter Kompatibilität auswählen würde, dann würde diese ganze Zeile nach unten wandern und die Reihenfolge ändert sich. Das ist immer ganz schrecklich. Also wenn man so einen Dialog hatte, manchmal gibt es die heute noch. Open Office hat noch solche zum Beispiel. Wenn man die versucht durchzugehen, man kommt immer durcheinander, weil man nie weiß, in welchem Tab man schon gewesen ist, weil sich die Reihenfolgen ändern. Aber das soll uns an dieser Stelle noch nicht so sehr interessieren. Und diesen Effekt kriegen wir auch etwas später noch, dass man da für Stabilität sorgt. Solche Reiter begegnen uns natürlich heute häufig. Ich habe mal hier Browser verglichen. Und jetzt kann man ja mal da drauf gucken und kann sich mal überlegen, welcher Browser macht das eigentlich besonders gut und welcher Browser macht das eigentlich besonders schlecht. Also es geht immer darum zu fragen, welcher Tab ist denn eigentlich der ausgewählte Tab. Es ist immer der gleiche. Es ist immer der mit Koala in der Mitte. Aber woran erkenne ich das? Und das ist nicht unbedingt immer gleich gut. Also zum Beispiel hier Internet Explorer 10 auf Windows 7, da ist es sehr leicht zu erkennen, weil der Unterschied zwischen den dunklen und den hellen Tabs sehr einleuchten, sehr stark ist. Und es ist auch wieder diese Regel, vorne hell, hinten dunkler. Bei Chrome Windows 7 oben zum Beispiel auch. Aber wenn ihr euch zum Beispiel Firefox auf Mac in der 2016er Version anguckt, da ist das nicht so stark. Und es gibt dann auch noch Varianten, da erkennt man es fast gar nicht. Also Chrome Mac da oben zum Beispiel, der oben links, der da so in die Ecke gequetscht ist, bei dem habe ich persönlich immer Schwierigkeiten gehabt, zu erkennen, welcher Tab eigentlich der ausgewählte Tab ist. Denn der Unterschied ist einfach sehr gering, der da gemacht wurde bei den Tabs, um diese Auswahl zu unterstützen. Könnt ihr mal darauf achten, wie das ist. Gerade bei Browsern ist das Interessante, dass sie das ja irgendwie jedes Jahr ändern. Also bei Browserhersteller haben ja offensichtlich den Anspruch, ihr Browser-Design alle paar Jahre mal umzukrempeln. Von daher gibt es dann immer mal wieder auf einmal große Überraschungen, was denn dann wieder da zu sehen ist. Ich kann die Farbe oder die Markierung hier, die Auszeichnung natürlich nicht nur dazu bringen, um einen Tab nach vorne zu bringen oder einen Button auszuzeichnen, sondern ich kann auch einfach ein einzelnes Objekt mit einer besonderen Eigenschaft versehen. Gucken wir mal hier. Ich kann Dateien markieren. Das habe ich hier gemacht. Zwei Dateien sind markiert. Und auch das kann ich natürlich, das ist euch allen klar, Farblicht machen. Durch einen solchen Farbunterschied. Denkt nochmal zurück, wir haben darüber gesprochen, dass man Icons nicht so bunt gestalten sollte oder so, naja, von sich aus so farblich gestalten sollte, dass man die Markierung nicht mehr erkennt. Das kann passieren. Nicht in dieser Listenansicht, aber wenn ich in einer Iconansicht bin und habe ein Icon, was selber schon so bunt ist, dann kann ich schnell ein Problem kriegen. Und, was kann ich noch machen farblich? Na ja, ich kann jetzt hier sowas machen. Hier ist es quasi wieder die ausgewählte Funktion. Nämlich, die mache ich einfach farbig, die andere nicht. Oder eine so richtige Signalfarbe irgendwo hinzusetzen, um etwas auszuzeichnen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die ich habe. Wichtig dabei ist übrigens, man sollte Farbenblindheiten beachten. Kommen wir ganz am Ende der Vorlesung auch nochmal darauf zurück. Das heißt, wenn nicht nur die Helligkeit, sondern die Farbe tatsächlich die Farbe die Auszeichnung ist, dann sollte es nie die einzige sein. Also man sollte immer noch eine andere Möglichkeit haben, als an der Farbe zu erkennen, dass etwas besonders hervorgehoben ist oder ausgezeichnet ist. Gucken wir uns mal weiter Probleme an, die es damit geben kann. Jetzt hier ein Vergleich macOS Windows 10 und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, nach der Veröffentlichung des neuen Windows 10 Updates vor, glaube ich, anderthalb Wochen, ob das noch so stimmt. Das kann mich vielleicht mal jemand berichtigen. Aber bis dahin war es so, dass man bei Windows 10 nicht erkennen konnte oder nicht gut erkennen konnte, welches eigentlich das aktive Fenster ist. Ich habe jetzt hier mal in beiden Fällen zwei Fenster nebeneinander gesetzt. Das ist hier Windows 10, das ist macOS. Und bei macOS ist es erheblich leichter zu erkennen, dass dieses, das Fenster im Vordergrund ist, als da. Das liegt daran, dass sich, erstmal ist der Schattenwurf stärker, also da ist ja so ein leichter Schatten dazwischen, aber vor allen Dingen hat man hier durch so eine Unterscheidung in der Graustufigkeit, wenn man so will, im Grau, das hingekriegt, dass man diese Unterscheidung sieht. Bei Windows 10 war das nicht so. Tipp, wenn das immer noch so sein sollte, ich meine ja, geht in die Systemeinstellung und wählt da aus, dass die Farbe auch in der Titelleiste angezeigt wird. Dann hat nämlich das aktive Fenster eine bunte Titelleiste und die nicht aktive nicht. Dann geht das erheblich leichter. Diese Unterscheidung. Hier in diesem Falle sehen wir gleich zwei Probleme. Es ist ein Diashow-Programm. Kurioserweise sind es häufig die Programme, die gerade zur Multimedia-Produktion sind, die dann in der Ergonomie auf einmal so daneben hauen. Ich weiß nicht, wie das kommt, ob die irgendwie den Anspruch haben, besonders anders vielleicht sein zu müssen oder so. Aber guckt euch mal da oben diese Reiter da an. Seht ihr sie überhaupt? Also unter der Icon-Leiste. Die Icons sind übrigens gut. Nach unserer Toolbox rechts vielleicht nicht so. Aber die anderen sind recht gut. Aber da drunter ist so eine Leiste von diesen Reitern. Objekte ist markiert. Aber man sieht die ja fast nicht. Weil die sich überhaupt nicht abheben von dieser Fläche, die da drunter ist. Und sie auch gar nicht können, weil sie auch noch so eingequetscht sind. Es gibt kaum eine Möglichkeit, diese Reiter als solche zu erkennen. Und das andere sind die Buttons. Diese grauen Buttons an dieser Stelle wirken eher deaktiviert, als dass sie zum Klicken anregen. Also man kann da einige Sachen falsch machen, wenn man diese einfachen Regeln, die wir eben hatten, nicht anwendet. Oder sich genau andersherum verhält. So. Jetzt habe ich diese Regeln gesagt, mit den Helligkeitsabstufungen und dass man mit Farbe auch was auszeichnen kann. Ist ja alles gut und schön. Jetzt müssen wir aber eigentlich noch wissen, wie mache ich das denn? Wie finde ich denn eine passende Farbe? Wie finde ich denn eine Helligkeitsabstufung? Da müssen wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und uns einmal überlegen, was ist überhaupt Farbe? Und Farbe kann man physikalisch betrachten und kann, dass ich das sagen kann, hier, ich habe so ein elektromagnetisches Spektrum und da gibt es ja auch den Bereich des sichtbaren Lichtes und in dem Bereich des sichtbaren Lichtes habe ich auch verschiedenfarbiges Licht. Das spricht dann von Farbreizen. Und ich kann dann jeder dieser verschiedenen Wellenlängen eine bestimmte Farbe so zuordnen, beziehungsweise wir nehmen halt diese Farbe an dieser Stelle wahr und ja, also dann habe ich da eine Farbe. Nur so einfach funktioniert es nicht. Also es funktioniert zwar schon so, dass wenn ich ein Licht einer bestimmten Wellenlänge irgendwo hin strahle, mit dem Laserstrahl zum Beispiel, kann ich das sehr schmeinend eingrenzen, nur eine bestimmte Wellenlänge, dass ich dann eine bestimmte Farbe sehe. Aber ich kann den Umkehrschluss nicht machen. Ich kann nicht sagen, weil ich diese Farbe sehe, gibt es irgendwo eine Lichtquelle mit dieser Wellenlänge. Das funktioniert so nicht. Und das kennt ihr eigentlich auch alle schon, dass das nicht so funktioniert, nämlich an zumindest, weil ihr wahrscheinlich alle einigermaßen wisst, wie so ein Monitor funktioniert. Die nennt man ja RGB-Monitore. Die haben ja drei Grundfarben, aus denen Sie die sichtbaren Farben zusammensetzen. Und das funktioniert ja auch. Zum Beispiel gelb. Gelb kann von einem Laser so hergestellt werden und kann dann monochromatisch sein. Ich habe nur an einer Stelle in dem Spektrum einen Ausschlag nach oben und das würde dann gelb erscheinen. Ich kann gelb aber auch dadurch erzeugen, dass ich grün und rot miteinander mische. Das macht jeder unserer Monitore so. Die sind nun mittlerweile so hoch aufgelöst, dass man das nicht mehr gut sehen kann. Wer zu Hause, nicht nur, ich habe letztes Mal schon nach einem Röhrenmonitor mal was gefragt, wer vielleicht sogar noch einen alten Röhrenfernseher hat, der kann ja mal den Röhrenfernseher sich genauer angucken und da mal mit so einer Lupe drauf gucken und dann sieht man das. Dann sieht man nebeneinander einen roten, einen grünen und einen blauen Balken beim weißen Licht. Diese drei Farben mischen uns alle anderen Farben. Bei Gelb würde das dann halt so aussehen. Blau ist da nicht drin, es ist rot und grün zueinander gemischt. Der Farbeindruck für uns ist der gleiche. Es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, ob wir monochromatisch gelbes Licht haben oder so gemischtes gelbes Licht, nämlich wenn wir irgendwas damit bestrahlen und uns mal angucken, ob wir noch andere Farben unterscheiden können. Wenn man rein monochromatisches Licht hat, sind wir farbenblind, weil es nur diese eine Wellenlänge gibt. Es gibt so ein paar alte Straßenlaternen, die häufig an so Kreuzungen standen, das sind ja oft gelbe Laternen. Die haben so einen Brenner drin, der hat relativ monochromatisches Licht und wenn man da drunter steht, kann man keine Farben unterscheiden. Es sei denn, man guckt auf sein Handy natürlich, weil es ja selber leuchtet, aber wenn man so irgendwas Passives anguckt, sind alles nur Schattierungen von Gelb darunter. Das gleiche geht auch, und da ist es eigentlich fast ein bisschen erstaunlicher mit der Farbe Lila oder Violett. Da kann man entweder ganz an den Rand des Spektrums gehen und hat einen Violett-Eindruck oder man mischt Blau und ein bisschen Rot dazu und die liegen ja eigentlich ganz woanders in diesem Spektrum. So ganz erstaunlich, wie das Gehirn Farben an dieser Stelle konstruiert. Wie das geht, gucken wir gleich nochmal drauf. So, jetzt habe ich schon ein paar Farben mit Namen benannt. Rot, Gelb, Grün, Violett. Ja, die waren es auch, glaube ich. Sind das gute Beschreibungen für Farben? Rot, Gelb, Grün, Violett. Naja, also so lala. Wenn man jetzt in den Laden geht und sagt, ich hätte gerne einen Pullover in Blau, da kann man schon ganz schön viele verschiedene Bläue kriegen. Also alleine das kann es ja nicht sein. Welche Farben gibt es denn überhaupt? Welche Farben kann man benennen? Ja, schwierig. Also man kann eine Million Farbmischungen unterscheiden, so wird ungefähr gesagt, dass eine Million Farbmischung das ist, wo ein Mensch noch einen Unterschied machen kann. Man kann sagen, die Farbe ist anders als die. Aber die Wahrnehmung der Farben hängt nicht nur von der puren Farbe ab. Dieses Gold hier unten zum Beispiel ist irgendwie eigentlich gar keine richtige Farbe. Wir nehmen es als Gold deswegen wahr, weil wir diese Glanzeffekte auch erkennen und diese Farbzuordnungen zueinander. Das heißt, einen goldenen Hintergrund auf einer Website zum Beispiel kriegen wir gar nicht hin. Zumindest nicht mit nur einer Farbe. Wenn wir nur eine Farbe annehmen, dann sieht das eher aus wie so ein Braun, wie so Polizeihosen früher waren. Also eigentlich gar keine besonders schöne Farbe, die da rumkommt. So ein Beige ist das. Ja, wie benenne ich die Farben? Es gibt Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel so einen Ralfächer hier nehmen. Da gibt es ja mehrere von. Da sind dann Farben drauf und dann kann ich mir die Farbe angucken und kann die Farbe mit der Nummer benennen. Das ist eine Möglichkeit. Aber auch irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss, denn wenn ich davon eine Million solcher Kärtchen haben möchte, dann trage ich ja ganz schön mit mir rum. So kann es also nicht sein. Es muss also noch andere Möglichkeiten geben, Farben zu benennen. Und was man üblicherweise macht, ist, man gibt die Farbe in ihrem Mischungsverhältnis an. Also in ein Mischungsverhältnis von welchen Farben eigentlich. Und jetzt habe ich gerade schon mich gespoilert und habe gesagt, RGB ist eine Möglichkeit. Also Rot, Grün und Blau. Das hat man früh rausgefunden. Das heißt früh. 1860 hat der Hermann von Helmholtz das experimentell festgestellt. Er hat gesagt, mit diesen drei Farben, da kann ich alle Farben des Regenbogens oder alle Farben des sichtbaren Lichtes, das ist ja mehr als der Regenbogen, Regenbogen hat zum Beispiel keine weiße Farbe, weiße Farbe, also kein Weiß, kann ich alles mischen, wenn ich diese drei Farben nehme. Das hat man experimentell festgestellt und 1965 hat man auch gefunden, wie so das so ist, weil man dann die Forschung am menschlichen Auge weiter vorangebracht hat und dann feststellen konnte, dass es auch für jede dieser Farben einen bestimmten Zapfentyp im Auge gibt. Zapfen waren ja die Nervenzellen, die Farbe wahrnehmen können. Das hatten wir ja auch besprochen in der entsprechenden Vorlesung und da ist nicht ein Zapfen, ein Farbdetektor für alle Farben, sondern immer nur für eine von diesen drei. Und deswegen funktioniert das so mit Rot, Grün und Blau. Es gibt aber auch andere Lehren dazu und die sind auch nicht falsch. Der Herr Hering zum Beispiel hat 1875, also ziemlich zur gleichen Zeit wie der Helmholtz, ein paar Jahre später, die Lehre vom Lichtsinn als Buch herausgegeben und hat da eine andere abweichende Farbbeschreibung gewählt. Er hat nämlich festgestellt, es gibt bestimmte Farbkombinationen, die es nicht gibt. Ich kann nicht sagen, ich habe ein bläuliches Gelb oder ich habe ein rötliches Grün. Ich kann ein rötliches Blau haben, aber ein rötliches Grün, das geht nicht. Und er hat dann noch weitere Experimente angestellt und hat festgestellt, dass man, das könnt ihr ja auch mal ausprobieren, wenn ihr auf so ganz bunte farbliche Flächen guckt und guckt dann gegen eine weiße Wand oder auch gegen eine schwarze Wand, das hat leichte Unterschiede, was dann rauskommt, dann kriegt man Gegenfarben zu sehen. Das heißt, wenn man die ganze Zeit auf Gelb geguckt hat, dann kriegt man hinterher Was kriegt man denn dann? Jetzt bin ich irritiert. Blau, ne? Ja, wenn man die ganze Zeit auf Gelb geguckt hat, kriegt man Blau zu sehen. Und wenn man die ganze Zeit auf Grün geguckt hat, kriegt man Rot zu sehen. Also man kriegt eine Art Inversbild von dem, was man vorher gesehen hat. Und daraus hat er ein vierfarbiges Farbmodell geschlossen und hat dann gesagt, naja, es sind die Farben Rot, Grün, Blau und Gelb. Das ist das natürliche System der Farbempfindungen. Und das stimmt auch. Und es stimmt auch in der menschlichen Wahrnehmung. Es gibt in der menschlichen Wahrnehmung im Gehirn schon im Auge sogar, und das kann man mittlerweile nachweisen, Verschaltungen, die aus diesem Rot-Grün-Blau drei andere Kanäle machen, nämlich ein Hell-Dunkel-Kanal, ein Rot-Grün-Kanal und ein Blau-Gelb-Kanal. Das kennt ihr auch alle, oder was alle, aber viele vielleicht von euch, die schon mal mit Fotografie zu tun gehabt haben, dass man da auch auf der Schiene Blau-Gelb die Farbtemperatur verschiebt und auf Rot-Grün auch eine entsprechende Verschiebung vornehmen kann. Das ist also tatsächlich unsere Empfindung in diesen beiden Gegenpolen. Gut, was machen wir mit dem Ganzen? Erstmal nochmal zu den Farben, die es überhaupt alle gibt, und ich habe gerade angedeutet, der Regenbogen. Ich habe gesagt, es gibt Spektralfarben, die haben wir eben gesehen, aber da fehlen welche. Also egal, wie ich sie herausfinde, fehlen da Farben drin. Ich habe zum Beispiel kein Weiß, das habe ich schon gesagt, ich habe kein Weiß im Regenbogen. Ich habe aber auch kein Purpur im Regenbogen. Was ist Purpur? Das ist diese Telekom-Farbe. Magenta auch genannt. Diese Farbe, also die Mischung aus voll Blau und voll Rot, wenn man so möchte, im RGB, die kann ich nicht im natürlichen Spektrum finden. Die finde ich nur durch diese Kombination. Was wir haben, bei uns, also in unserer menschlichen Wahrnehmung, ist dieses Spektrum plus die Farbe Purpur. Und dann kriegen wir so einen Farbkreis. Dann können wir quasi immer wieder umgehen und können immer wieder die gleichen Farben finden. Wir können also eine Farbe dann auf einmal als Koordinate in einem Kreis angeben. Und das werden wir gleich noch öfter tun. Gucken wir uns erstmal nochmal RGB an. Was kann ich mit RGB machen? Ich habe Rot, Grün und Blau und kann mit Rot, Grün und Blau jede Farbe beschreiben. Das habe ich schon gesagt, jede Farbe, die wir sehen können, kann ich beschreiben. Das funktioniert bei sogenannten additiven Systemen, also wenn ich leuchtende Bereiche habe, wenn ich wirklich Licht zueinander mische. Es funktioniert nicht bei Reflexionen. Also wenn ihr euren Wassermalkasten aus Schulzeiten wieder rausholt und mischt Rot, Grün und Blau zusammen, dann ist das Ergebnis nicht weiß. Das habt ihr sicher mal festgestellt. Sondern das ist irgendwie eklig. Was dann aber warum kommt. Wenn ich das habe, wenn ich subtraktive Farbmischung habe, dann brauche ich ein anderes Farbmodell. Und das ist das Farbmodell, was hier unten steht. Das CMY-Farbmodell oder CMYK-Farbmodell. Das sind genau die Farben, die in diesem Würfel, wenn ihr mal guckt, Rot, Grün und Blau auf der anderen Seite liegen. Das ist also Cyan, Magenta, die Telekom-Farbe und Gelb. Das sind genau die drei anderen Farben in diesem Würfel. Die reichen eigentlich aus, um in subtraktiven Farbmischungen alle Farben zu erzeugen. Nur weil unsere Farbpigmente natürlich alle nicht so ganz perfekt sind, muss man noch Schwarz mit dazu nehmen. Weil wenn man tatsächlich Cyan, Magenta und Gelb zusammen mischt, dann ist das Ergebnis eher so schmuddelig. Aber um richtig Schwarz erzeugen zu können, um richtig Kontrast hinzukriegen, muss man da noch Schwarz mit dazu nehmen. Deswegen kommt das K für Carbon. Für Black. Für Carbon müsste es ja auch wieder C sein. Also auf jeden Fall ist es Schwarz, was dann noch mit dazu genommen werden muss. Gut, ich kann also in diesem Würfel, wie ich jetzt gesagt habe, alle Farben mischen. Nur, wenn ich das machen will, was ich am Anfang gesagt habe, ich will so Farbabstufungen haben. Ich möchte die gleiche Farbe benutzen, aber ich möchte die gleiche Farbe heller haben oder dunkler oder gesättigter oder ungesättigter, dann ist das sehr schwer im RGB-Farbmodell zu machen. Weil ich das Problem habe, dass die drei Werte, die ich habe, irgendwie mit den natürlichen Farbabständen nicht so viel zu tun haben. Guckt euch mal diese beiden Farben hier an und guckt mal auf die oberen Zahlen, die da stehen. Das sind die RGB-Werte. Jeweils Rot, Grün und Blau von 0 bis 255 angegeben, wie man das so üblicherweise als Informatiker macht. Könnt ihr natürlich auch als Prozent angeben. Was habe ich da? Ich habe also die rechte und linke Farbe, wie verhalten die sich zueinander? Dann müsste ich jetzt sagen, die rechte, gut, die ist ein ganzes Stück weniger rot, fast genauso grün, aber viel blauer. Also irgendwie ist das nicht so schlüssig. Die Farben sind sich ja irgendwie doch sehr ähnlich. Und deswegen gibt es andere Farbmodelle, die sich alle auf dieses RGB-Farbmodell abbilden lassen. Das heißt, diese beiden Farbmodelle, die da stehen, das eine heißt HSV oder auch HSB für Hue, Saturation, Value oder Hue, Saturation, Brightness. Da besprechen Sie gleich genauer. Nichts mit dem Fußballverein zu tun, der ist ja jetzt ohnehin abgestiegen. Also HSV ist das eine, HSL, das andere auch Hue, Saturation, Lightness hat man da für den letzten genommen. Die sind sich ähnlich, aber doch unterschiedlich. Wir werden die Unterschiede gleich besprechen. Aber wenn ich so eines davon nehme, hier mal HSV, dann habe ich viel bessere Möglichkeiten. Dann kann ich sagen, der Farbton ist der gleiche. Und der Farbton ist genau da in diesem Farbkreis, eine Position in diesem Kreis, den wir uns eben hergedacht haben. Ihr seht das oben an dem Regler, Farbton. Und auf beiden Seiten ist Rot. Also das geht von Rot bis Rot. Da hat man den Kreis quasi auseinander gebogen, damit man nicht so viel Platz verbraucht. Das ist der Farbkreis. Dann habe ich einen Regler für Sättigung und habe einen Regler für Helligkeit. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wenn ich den Regler für Helligkeit nach unten verschiebe, dann wird mehr Schwarz dazu getan. Das sieht man richtig an dem Regler. Dann wird es immer schwärzer. Wenn ich ihn auf Null setze, ist es schwarz. Wenn ich den Sättigungsregler nach links schiebe, ist es etwa so, als würde ich weiß hinzufügen oder ein bestimmtes Grau hinzufügen. Dann wird es also weniger farblich an dieser Stelle. Ich habe also die Möglichkeit, an diesen Reglern zu spielen, dabei den Farbton beizubehalten. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Das sollte man auch machen. Also wenn ihr mal zum Beispiel eine Website gestaltet, dann könnt ihr das gut machen. Ihr habt eine Farbe und zu dieser Farbe könnt ihr euch viele verschiedene Abstufungen aussuchen, indem ihr eines dieser Farbmodelle nehmt. Jedes Grafikprogramm hat sowas. Auch jedes Betriebssystem hat sowas. Die Frage ist nur immer, ist es HSB oder HSL? Ich sage manchmal HSB und manchmal HSV. Es ist das Gleiche. HSL ist das eine und das andere ist das andere. Also mit beiden Namen. Das ist nun mal so, dass die beide üblich sind. In manchem Programm heißt es so, in anderen heißt es so. Gucken wir uns die mal genauer an. Dieses HSB-HSV-Modell. Ich habe als erstes H, Hue, den Farbkreis. Von rot aus. Rot ist 0 Grad. 360 Grad wäre auch wieder rot. 360 kann ich aber nicht eingeben. Das heißt, die erste Zahl, die ich immer eingebe bei HSB, ist eine Gradzahl in diesem Kreis. Also wenn ich 120 eingebe, habe ich grün zum Beispiel. Gut. Dann kommt das S, das Hinzufügen oder Entfernen von Weiß. 0 wäre ganz viel Weiß hinzufügen, 100 wäre kein Weiß hinzufügen. Und B, das Hinzufügen oder Entfernen von Schwarz. Genauso, 0, oder was heißt eigentlich genau andersrum, 0, nee, genauso, 0, ganz viel Schwarz hinzufügen und 100% kein Schwarz hinzufügen. Das heißt, wenn ich ein knalliges Grün haben will, hätte ich 120, 100, 100. Ich würde weder Weiß noch Schwarz hinzufügen. Wenn ich so ein mittleres Grün hinkriege, dann nehme ich doch vielleicht mal beide auf 50%. Dann habe ich so eine mittlere Helligkeit, mittlere Sättigung von dem Ganzen. Das ist eine Möglichkeit, Farben zu mischen mit diesem HSB-Modell. Das andere ist das HSL-Modell und das funktioniert ziemlich ähnlich. Es funktioniert so ähnlich, dass es sich beim H überhaupt nicht unterscheidet. Also das ist genau der gleiche Farbkreis und der fängt auch wieder oben bei 0 Grad an, also 120 wäre auch wieder grün. Und dann habe ich Sättigung und Helligkeit und die erklären sich besser, wenn ich sie in einer anderen Reihenfolge beschreibe, wenn ich diese Helligkeit jetzt als erstes nehme. Die Helligkeit ist quasi ein Grauton. Ich suche mir einen Grauton aus von Schwarz bis Weiß. 0, Licht bis 100% Licht. Ich könnte also sagen, 50%, da bin ich auf so einem mittleren Grau gelandet und habe den Grauton. Und mit S bestimme ich die Grauheit. Also wie sehr ist die Farbe nach dem Grauton oder nach der Farbe gemischt. So mische ich die zueinander. Muss man mal ein bisschen mitspielen, dann findet man das ziemlich schnell heraus, wie das funktioniert. Dieses HSL-Farbmodell ist insofern ganz interessant, als das, das, das vom W3C in den CSS-Standard eingebaut wurde. Das heißt, wenn ihr Webseiten gestaltet, könnt ihr im HSL-Farbmodell Farben direkt angeben. Man muss ja, ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt alle mal irgendwann HTML gelernt und wenn ihr das bei einem Mathelehrer gelernt habt, dann war der wahrscheinlich stolz darauf, dass man Farben mit einer Raute und dann Hexadezimalziffern angibt. Weil dann hat er endlich mal einen Grund, warum man Hexadezimalziffern tatsächlich braucht. Man kann die Farben aber auch in Werten angeben. Man kann einfach RGB sagen und dann gibt man drei Zahlen an. Oder man sagt HSL und gibt drei Zahlen an. Und das ist dann die Variante, die eigentlich heute praktischer ist. Gerade wenn man so Abstufungen machen will. Das machen wir in den Übungen. Könnt ihr in den Übungen euch dran versuchen. Ach so, ich hätte euch die entsprechende Folie dazu auch zeigen können. Also ihr seht hier, das ist das, wie es definiert ist vom W3C. Also man kann eine Farbe so definieren, dass man sagt HSL und dann sagt hier 120, 50%, 50%, Pastellgrün. Das ist dann die Sache. Das oben ist ein Screenshot, etwas älterer Screenshot aus dem guten alten Paint von Microsoft. Gerade abgeschafft worden. Man konnte auch nicht besonders viel damit machen. Es war allerdings zum Farbenmischen immer ganz gut, weil es nämlich eine HSL-Farbenmischer hat. Ihr seht hier Hue, Saturation, Luminance heißt das hier. Aber es ist HSL. Und ihr seht es auch, was die beiden Regler machen. Oben sieht man quasi den Farbkreis wieder. Rechts entscheidet man sich zwischen Schwarz und Weiß. Und wenn man nach unten geht, entscheidet man sich für die Grauheit der Farbe. Das sind diese drei Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. So, was ist jetzt? Ist jetzt HSL oder HSV besser? Kann man nicht so richtig sagen. Es ist mal das eine, mal das andere üblich. Und alle haben sie irgendwie ihre Nachteile. HSL hat einen Vorteil. Nämlich HSL hat einen Regler, der die kompletten Helligkeitsbereich regelt. Von ganz schwarz bis ganz weiß. Das heißt, ich kann die komplette Helligkeit einer Farbe, wenn ich die in allen möglichen Helligkeiten haben will, mit nur einem Regler benutzen. Das ist praktisch. Dafür hat sie manche Sachen, die sind nicht sehr intuitiv. Also diese Farbe hier zum Beispiel. Die ist überhaupt nicht grau. Da ist kein Grau reingemischt. Die ist aber sehr hell. Das ist ein ganz helles Gelb. Und HSL macht uns dann glauben, dass das eine ganz stark gesättigte Farbe ist. Und das ist irgendwie nicht so unser Empfinden. Wir würden nicht sagen, dass das ein ganz stark gesättigtes Gelb ist da oben. Das ist der Nachteil an HSL. Ist da an der Stelle nicht besonders intuitiv. Die Begrifflichkeit ist nicht besonders intuitiv. Beide haben einen Nachteil, wenn man sie anders benutzt, als ich es eben gesagt habe. Ich habe ja immer gesagt, wir haben einen Farbton. Und von dem Farbton aus wollen wir heller oder dunkler oder gesättigter oder ungesättigter werden. Ich könnte ja auch auf den Gedanken kommen, zu sagen, ich will die Gesättigung und die Helligkeit beibehalten und ich will den Farbton ändern. Also ich ändere oben an dem Kreis, ich geläufe in dem Kreis einmal rum. Das funktioniert leider nicht. Die Farben werden dann sehr unterschiedlich hell. Auch das werden wir uns in den Übungen angucken. Das liegt daran, dass die Verteilung von roten, grünen und blauen Zapfen im Auge nicht gleichmäßig ist. Wir haben weniger blaue Zapfen. Das heißt, wenn wir ins Blaue geraten, wird es dunkler. Wir haben am meisten grüne Zapfen. Das heißt, wenn wir zum Grünen kommen, wird es heller. Und die hellste Farbe ist dann gelb, weil da sind die grünen Zapfen und die roten Zapfen beide volle Pulle dabei. Das heißt, gelb ist immer am hellsten und blau ist immer am dunkelsten. Und deswegen funktioniert das leider nicht. Da gibt es auch Farbmodelle für, die sind aber völlig unüblich in irgendwelchen Sachen, die wirklich außerhalb der Farbkalibrierung liegen, sondern so üblichen Programmen, wo man Farben angeben kann. Deswegen besprechen wir die nicht an dieser Stelle. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr Farben euch sucht und sucht euch vielleicht auch verschiedene Farbtöne, die zueinander passen, könnt ihr euch zum Beispiel diese Seite angucken, color.adobe.com, gibt auch andere Farbmischer, dieser ist aber ziemlich gut, kostet auch nichts, ist einfach eine Website, braucht man sich nicht anmelden, kann man einfach draufgehen und kann dann nach bestimmten Kriterien sich Farben mischen lassen. Und da kommen dann so Farbtöne zueinander raus, wo man sagt, die Farbtöne spreizen sich so auf, zum Beispiel. Oder man hat verschiedene Helligkeiten zur gleichen Farbe. So, jetzt wissen wir, wofür man Farben- und Helligkeitsabstufungen benutzen sollte, wir wissen, wie man Farben und Helligkeiten definieren kann, jetzt müssen wir noch wissen, was man tun und lassen sollte dabei. Und das Schönste, was man lassen sollte, ist dieses hier. Ich lasse das mal gerade auf, ich nehme mal gerade einen Schluck Wasser. Das ist unangenehm, das seht ihr nämlich an alle. Das seht man übrigens sogar, dass das unangenehm ist, wenn man farbblind ist, sogar wenn man komplett farbblind ist, ist das unangenehm. Das hat nämlich nichts mit der eigentlichen Farbwahrnehmung zu tun, warum das unangenehm ist. Also, man sieht irgendwie, scheinen da teilweise, fangen die an, Sachen richtig an zu schwimmen. Ja, ich mache es ja schon weg. Warum ist das so unangenehm? Das liegt daran, dass wir hier vorne in unserem Auge eine Linse haben. Und eine Linse bricht ja das Licht. Aber das bricht Licht verschiedener Wellenlängen verschieden stark. Das tut jede Linse so. Diesen Effekt nennt man chromatische Aberration. Also farbliches Abschweifen. Das kennen auch diejenigen von euch, die sich mit Fotografie beschäftigen. Das ist immer so ein Effekt, den man bei Objektiven hat, den man immer möglichst zu vermeiden sucht. Wenn man ein Objektiv hat mit starker chromatischer Aberration, dann hat man an den Bildrändern häufig so Effekte, dass die Farben auseinanderlaufen. Und in der Bildmitte so Effekte, dass es um die, um starke Kontraste herum so eine Art lila, so eine lila Aura gibt. Beides möchte man nicht gerne. Also chromatische Aberrationen, ihr seht das hier, das Licht, das weiße Licht kommt in die Linse rein und es wird an verschiedenen Stellen hinten gebündelt. Das heißt, ich müsste verschieden scharf stellen, je nachdem, welche Farbe ich sehen will. Und genau das ist das Problem, was wir gerade hatten. Ich gucke auf das Blau, das Auge stellt sich auf Blau scharf, ich gucke auf das Rot, das Auge stellt sich auf Rot scharf. Gucke ich auf die Kante, habe ich irgendwie ein Problem. Oder gucke ich neben die Kante, dann stelle ich mich auf das Blau scharf und das Rot wird unscharf gleichzeitig. Und deswegen kommen diese merkwürdigen Effekte, dass das anfängt, zueinander zu schwimmen oder zueinander überzulaufen oder man manchmal vielleicht dunkle Kanten sieht oder sowas. Also diese Kontraste kann man nicht gut wahrnehmen. Gerade Blau und Rot sind da extrem, weil sie halt an den extremen Enden des Spektrums liegen. Deswegen sieht man ja auch hier gut. Also Blau und Rot liegen weit auseinander. Wenn man das hat, kriegt man Kopfschmerzen. Also diese Farbkombinationen möglichst vermeiden. Vor allen Dingen, wenn die Farben so gesättigt sind wie diese. Das waren ja jeweils reine Farben. Da kann man sich jetzt fragen, wie ist denn das Auge jetzt eigentlich eingestellt? Die Frage kam letztes Jahr in der Vorlesung auf und da muss ich auch erst nachgucken. Weil wenn das doch so unterschiedlich gebrochen wird, dann kann man sich ja fragen, wieso kann ich denn überhaupt irgendwie Farben scharf sehen, wenn ich doch das eine, wenn das eine doch vor der Retina fokussiert, das andere dahinter oder so. Ich müsste doch immer irgendwie Unschärfe-Effekte haben. Und die gibt es natürlich auch, aber unser Wahrnehmungssystem macht uns die nicht mehr glauben. Also die verschwinden dann. Und zwar, weil das Auge auf Gelb fixiert ist. Also wir sind quasi auf Gelb eingestellt. Also genau zwischen Blau und Rot. Entschuldigung, zwischen Grün und Rot. Auf Gelb sind wir genau geeicht. Das heißt, Grün fokussiert quasi vor der Retina, Rot dahinter. Damit kommen wir zurecht, wenn wir zum Beispiel Weiß und Schwarz im Kontrast sehen. Kein Problem, dass das so ist. Wir sehen trotzdem eine scharfe Kante. Daraus kann man einen Farbtest machen, also einen Sehtest machen. Bitte, wenn ihr jetzt irgendwelche Effekte hier dran sehen solltet, nehmt das nicht zu genau. Sagt nicht, hier hinterher geht nicht zum Optiker und hat gesagt, hier an der Uni haben sie mir gesagt, ich sehe nicht richtig oder sowas. Sondern geht dann zum Arzt und lasst das richtig untersuchen. Aber es gibt diesen Test, woran man erkennen kann, ob man kurz- oder weitsichtig ist. Es sollte hier immer ein scharfes Bild sich ergeben. Es sollte also nicht so sein, dass die Buchstaben auf der einen Seite schärfer sind als auf der anderen Seite. Wenn das so ist, dann könnt ihr darüber mal nachdenken. So, jetzt habe ich über, oder bei dem Beamer sowieso nicht, also da, das vergesst mal, da ist alles unscharf. Also nicht, dass es daran am Ende liegt. Mal gucken, wie viele Leute nächste Woche mit Brille. Was ist mit dem Blau? Ich habe jetzt hier Rot, Grün, Gelb habe ich auch eingezeichnet. Was ist mit dem Blau? Das Blau fokussiert ja hier vorne, also noch ganz weit da vorne. Das bedeutet, wir sind alle blauweitsichtig. Unser Auge ist für Blau nicht besonders gut eingestellt. Was heißt das? Das heißt, dass man Blau mit Vorsicht genießen sollte für bestimmte Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal hier abends oder sogar nachts an der Uni mal gewesen seid, da seht ihr doch diese blaue Kralle. Die ist an einem der Türme hängen, so eine blaue Kralle oben. Die ist blau beleuchtet. Wenn man die anguckt, dann hat man diesen Effekt, dass man die nicht richtig scharf stellen kann. Das ist ein ganz unangenehmer Effekt. Man guckt da hin und es geht einfach nicht. Weil dieses knallige Blau einfach nicht scharf zu stellen ist, im Kontrast zu dem Schwarz daneben. Für uns hat das die Konsequenz, keine kleinen blauen Elemente zu machen. Wenn man hier mal guckt, also gerade der blaue Text, der unterste, der kleine blaue Text auf schwarzem Grund, hat die Eigenschaft zu verschwimmen. Dass man den nicht sehr gut sehen kann. Es ist sehr unangenehm, da drauf zu gucken. Entschuldigung. Da drauf zu gucken. Generell kleine blaue Elemente. Das stimmt in seiner Extremheit, aber auch nur für reines Blau. Also ihr seht auch hier zum Beispiel den Unterschied, den schwarzen Text auf diesem mittleren blauen Element ist unangenehm, fängt auch an zu verschwimmen. Rechts, wo ich ein Blau gewählt habe, was schon gedeckter ist und gemischter ist, ist dieser Effekt schon nicht mehr so stark, wenn er überhaupt noch vorhanden ist. Also blau, reines Blau möglichst nicht verwenden, vor allen Dingen nicht für kleine Elemente. Und für große Elemente eigentlich auch nicht, weil dann erschlägt es einen so richtig, weil es dann so richtig knallig daherkommt. Überhaupt spricht viel dagegen, überhaupt reine Farben so zu verwenden. Es sei denn, man will irgendwie ganz extrem die Aufmerksamkeit leiten. Generell muss man natürlich darauf achten, wenn man so Text irgendwo hat, dass man genügend Kontrast hat. Heute ist üblich, eine Positivdarstellung zu verwenden, das heißt, ich habe einen hellen Hintergrund und einen dunkleren Vordergrund. Man muss nicht unbedingt einen weißen Hintergrund wählen. Das ist eigentlich gar nicht so besonders schön, einen weißen Hintergrund zu wählen, weil der einem ja so direkt ins Auge strahlt, so mit richtig viel Licht dann ins Auge strahlt. Man kann eigentlich etwas Gedeckteres nehmen, aber ein heller Hintergrund sollte es schon sein. Die Vordergrundfarbe sollte sich stark davon kontrastieren. Schwarz ist eine gute Wahl. Schwarze Vordergrundfarbe. Natürlich hängt der Kontrast, den man dann tatsächlich sieht, auch davon ab, wo man ist. Das kennt ihr gerade, wenn ihr mit dem Handy in der Sonne steht. Dann ist nicht mehr viel mit Kontrast oft. Für Kontrast gibt es Programme, die kann man runterladen, die sagen einem dann, ob man genügend Kontrast gewählt hat. Hier unten sind ein paar Kombinationen, die durchaus angenehm sind. Wenn ihr Farben zusammenverwendet, wo wir gerade bei Kontrast sind, müsst ihr darauf achten, dass die Farben dann unterschiedlich wirken. Und das ist ein ganz verblüffendes Experiment eigentlich. Es ist hier tatsächlich so, das Grün in diesen beiden Kreisen ist das gleiche Grün. Und das Braun in diesen beiden Fächern ist auch das gleiche Braun. Aber man sieht es nicht so. Die Farben sehen schon ganz unterschiedlich aus. Vor allen Dingen, wenn ich hier auf meinen Bildschirm gucke, sehen sie noch viel unterschiedlicher aus als da. Das liegt daran, dass wir hier auch so Streueffekte drin haben. Also wenn ihr auf die Folien mal drauf guckt, werdet ihr es noch stärker sehen. Ich kann es euch auch beweisen, dass es so ist. Ich kann erst mal diese Streifen daraus nehmen. Jetzt haben wir den Effekt, aber eigentlich immer noch. Nicht mehr so stark, finde ich zumindest, aber er ist immer noch da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die farbigen Hintergrundflächen noch ausnehme, dann sieht es so aus und dann seht ihr tatsächlich, es sind die gleichen Farben. Ich gehe nochmal zurück. Durch die benachbarte Farbe, durch den Farbkontrast zu seiner benachbarten Farbe wirken Farben unterschiedlich. Das heißt, ihr könnt nie eine Farbe einfach so technisch nach irgendeinem Gesichtspunkt auswählen und sagen, so wirkt die dann. Das funktioniert nicht. Ihr müsst immer die Farben in ihrem Zusammenhang betrachten. Wenn man jetzt nicht so ganz bunte Sachen gestaltet, ist dieser Buntkontrast nicht das große Problem. Aber das gleiche Problem haben wir auch bei Helligkeiten. Wenn ich Farben, wie diese Farben hier links, auf einen dunklen Hintergrund setze, dann wirken sie leuchtender. Das macht man sich häufig zu Nutze, wenn man zum Beispiel ein dunkles Fotoalbum kauft, wenn man ein Fotoalbum noch nimmt oder man nimmt ein Programm mit dunklem Hintergrund und macht die Bilder dann auf einen dunklen Hintergrund. Dann leuchten sie stärker. Andersrum macht man es bei Hochzeitsbildern, die sollen ja immer so schön zart wirken. Da versucht man die Farbe nochmal abzuschwächen, indem man eine weiße Umgebung wählt. Das funktioniert genauso. Und ihr seht es auch hier auf der rechten Seite. Das Grau in der Mitte wirkt so, als wäre es unterschiedlich grau. Dabei ist der mittlere Balken ein neutrales Grau. Der Hintergrund ist der, der sich ändert. Also ich kann das hier mal zeigen, also nehmen wir mal erstmal links den Balken weg, dann seht ihr, dass das die gleichen Farben sind. und rechts, wenn ich den Hintergrund wegnehme, seht ihr auch, das ist das gleiche Grau. Aber der Hintergrund macht den Unterschied. Das heißt, ihr müsst, gerade wenn ihr Grau in Grau gestaltet oder so, immer darauf achten, angucken, kann man das auch wirklich unterscheiden, kommt das, wie kommt das wirklich hinterher rüber. Weiterer Effekt bei Farben, ganz wichtiger. Die Größe der Farbfläche spielt eine starke Rolle. Wenn ihr kleine Flächen habt und die auch noch hochfrequent, also zum Beispiel wie farblichen Text oder dieses Bild da oben, dann habt ihr das Problem, dass das weniger gesättigt wirkt, als wenn ihr größere Farbflächen habt. Ihr kennt den Effekt vielleicht auch, wenn ihr mal eine Wohnung gestrichen habt und habt die nicht weiß gestrichen, sondern habt gesagt, ich will eine bestimmte Farbe irgendwo auf der Wand haben. Ihr guckt euch auf einem kleinen, so einem kleinen Bildchen oder so einem kleinen Muster eine Farbe aus und rührt dann die Farbe an und streicht das und stellt hinterher fest, mein Gott, ist das bunt. Das ist dieser Effekt. Wenn das auf der großen Fläche ist, wirkt die Farbe anders. Es ist die gleiche Farbe, aber die Wirkung ist eine andere. Das ist das Wandstreichproblem, was ich da unten beschrieben habe. Das sind so bestimmte Effekte, so Eigenschaften, die ich bei Farbgestaltung beachten muss. Haben wir auch Designkonflikte bei der Farbgestaltung? Ja, haben wir. Und zwar den, dass wir zum einen ja immer eine Ablenkungsfreiheit haben wollen, das heißt, wir wollen den Nutzer nicht, dass der Nutzer sinnlos abgelenkt wird. Das ist immer schlecht, weil wir halten ihn dann ja auf, er guckt dann ja woanders hin, als er hingucken sollte oder hingucken möchte, ohne dass es dafür einen Grund gibt. und auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich Erkennbarkeit sicherstellen, das heißt, wir brauchen genügend Kontrast, das wirkt dem ein bisschen entgegen oder kann dem entgegenwirken und wir wollen manchmal natürlich auch, dass bestimmte Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet wird, also Attentionalität, dass wir die Attention auf etwas ziehen, also Aufmerksamkeitsleitung, müsste man auf Deutsch dazu sagen. Diese beiden Konflikte führen zu einer Gestaltungslösung, die man sich allgemein merken kann, wir sollten farblich gestalten, aber wir sollten nicht bunt gestalten, nicht irgendwie so ein so ein buntes Potpourri irgendwo hin machen. Wie machen wir farblich aber nicht bunt? Wenn wir das HSL-Farbmodell oder HSB-Farbmodell uns mal in den Kopf rufen, farblich aber nicht bunt, heißt das, wir müssen den Farbwinkel klein halten. Der Farbwinkel ist jetzt nicht das Hue von HSL, das meine ich nicht, das würde ja bedeuten, wir müssen immer alles rot gestalten, das meine ich natürlich nicht, sondern wenn wir zwei Farben verwenden, dann sollte sich dieses Hue dichtstark unterscheiden. Also hier ist ein kleiner Farbwinkel eingezeichnet. Hier sind zwei Farbtöne eingezeichnet, beide im Bereich Blau. Das eine ist ein bisschen rötlicher, das andere ist ein bisschen grünlicher. Das ist ein kleiner Farbwinkel. Das gilt vor allem dann, wenn wir die Farben stark gesättigt verwenden. Je weniger gesättigt wir die Farben verwenden, desto mehr können wir auch auseinander gehen mit den Farben. Das heißt, wenn wir so Pastelltöne haben, dann können wir natürlich auch ein bisschen breiter werden mit unserem Farbwinkel. Umgekehrt, möchten wir die Farbe zur Unterscheidung heranziehen, müssen sich die Farben natürlich auch hinreichend unterscheiden. Das heißt, wenn ich irgendwie was auszeichnen möchte durch Farbe, also es soll sich unterscheiden, ich habe alldauter Dateien, die sind alle blau, und eine soll sich unterscheiden, dann kann ich die nicht in einem leicht rötlicheren Blau machen. Das wird nicht funktionieren, sondern dann muss ich wirklich weit daraus gehen aus der ganzen Sache. Da muss ich einen großen Farbwinkel wählen. Ein großer Fehler, der immer passiert. Signalfarben wie Rot. Vor allen Dingen Rot. Rot wird gerne, ja ist eine Signalfarbe, und wird gerne für die völlig falschen Sachen verwendet. Zum Beispiel, dass man Löschen-Icons rot gestaltet. Oder dass man, wie bei Windows lange üblich war, jetzt bei Windows 10 ja nicht mehr, dankenswerterweise, bei Mac ist es übrigens genauso, also auch da ist das Fensterschließen, der Fensterschließen-Knopf rot. Bei Mac kann man es abstellen, übrigens. Das ist auch ein Tipp, den man sich mal überlegen kann. Warum sollte der Rot sein? Warum ist ausgerechnet das Fensterschließen rot? Also hier das rote X meine ich. Was soll das denn? Ist das irgendwie das Wichtigste an dem ganzen Fenster? Ist das Programm so interessant, dass man unbedingt immer auf den Schließen-Knopf gucken muss? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Da ist irgendwie so eine falsche Übertragung drin. Wenn irgendwas Rot sein sollte, dann könnte da was Rot sein bei Wollen Sie wirklich die ganze Festplatte formatieren? oder sowas. Da könnte man diese Meldung, die könnte man rot gestalten. Das ist in Ordnung. Nur den Knopf dazu, selber rot zu gestalten, führt nur dazu, dass er mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als die anderen. Und das ist eigentlich nicht das, was man möchte. Die falsche Übertragung ist die von Notausknöpfen an Maschinen. Also wenn ich eine Kreissäge habe, Atomkraftwerk, und da habe ich einen Notausknopf, dann ist der rot. Ja, sicher, weil ich den ja immer sehen, sofort finden muss. Ich soll den ja nicht ersuchen müssen. Ich soll nicht sagen, wo ist er denn, wo ist er denn? Sondern der muss herausstechen. Nur das ist doch beim Fensterschließen nicht der Fall. Oder beim Löschen. Das würde ja bedeuten, ich müsste das Fenster möglichst schnell schließen oder sowas. Das ist ja nicht der Fall. Also diese Signalfarben nur dann anwenden, wenn es auch sinnvoll ist und nicht einfach irgendwelche Dinge in Signalfarben darstellt. darstellt. Auch wenn es potenziell gefährliche Sachen sind. Nicht in Signalfarben machen, sondern erst dann die Signalfarbe bringen. Sonst ergibt es keinen Sinn. Das ist das Beispiel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Kreissparkasse. Die hat diese Signalfarbe rot sich ja nun mal leider als ihre Farbe gewählt. Kann man nichts machen. Nur trotzdem könnte man wahrscheinlich in der Gestaltung ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel dieses Rechts hier. Sie haben zwei neue Nachrichten. Die erscheinen aber immer dringender als sie sein müssten. Dadurch, dass das in so einem knallroten Briefumschlag dargestellt wird. Rot ist eine Signalfarbe. Die andere Signalfarbe ist gelb. Also auch gelb, knallgelb sollte man nicht unbedingt einfach Dinge machen. Ist aber auch weniger üblich, dass Sachen einfach gelb gemacht werden. Außer sie haben mit der Post zu tun. Und da haben wir wieder das Gleiche wie hier bei der Sparkasse. Farbverläufe. Farbverläufe, habe ich vorhin ja mal gesagt, sind ein gutes Mittel, um etwas noch etwas plastischer zu machen. Ich mache einen Farbverlauf von oben nach unten durch etwas. Der sollte aber immer ganz dezent sein. So etwa wie hier. Dieser Farbverlauf von oben nach unten ist kaum zu sehen. Man muss schon ein bisschen darauf achten. Farbverläufe wie hier, da oben, vor allem in dieser Überschrift, die aussehen wie so eine Bartarmatur, sind überhaupt nicht hilfreich. Die lenken ganz extrem die Aufmerksamkeit auf sich. Das hat dieses Programm sowieso an ganz vielen Stellen. Also nicht nur da oben, sondern auch diese Knöpfe hier unten. Also die Icons an sich sind ja gar nicht schlecht. Aber warum muss man die denn auf so ein, was ist das eigentlich, irgendwie so eine Art wie so ein eingefasster Stein drauf machen, die es dann wiederum so auffällig sind. Also hier hat man wirklich ein Problem mit der Ablenkungsfreiheit bei diesem Programm. Da sind so Elemente drin, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Dabei ist das Wichtigste ja eigentlich die Auswahl des Laufwerks da in der Mitte und das geht bei weitem am meisten unter. Letzter Punkt, den man beachten sollte bei der Farbgestaltung, habe ich am einmal gesagt, Farbfehlsichtigkeiten. Und jetzt möchte ich hier niemanden outen, aber es gibt ja einen relativ hohen Prozentsatz, gerade unter Männern, die Farbrot-Grün-Fehlsichtigkeiten haben. Bei Frauen ist das seltener. Also dass ihr euch jetzt nicht irritiert, von da oben kann ich es ehrlich gesagt auch nicht gut lesen, ich lese es euch hier von hier mal vor, da steht 45, 2, nichts. Das dritte ist eine Referenzkarte, da ist nichts. Wer farbfehlsichtig ist, sieht da wohl was. Also dann erscheint wohl etwas. 42, 74, 97, 6, 3. Die Zusatzzahl habe ich nicht. Aber das sind die Zahlen, die da stehen. Guckt es euch auf der Folie an, ist besser. Aber wie gesagt, Farbfehlsichtigkeiten, gerade im Bereich Rot-Grün sind gerade bei Männern sehr verbreitet, in unterschiedlichen Stärken. Also es ist selten so, dass jemand einen knallroten und einen knallgrünen Stift nicht auseinanderhalten könnte, aber zum Beispiel so leichte Abstattungen. Deswegen, wenn die Unterschiede nur noch leicht sind, wie hier unten bei der 74, dann kann man da auch 21 oder 71 rauslesen. dann liest man das an der Stelle falsch. Ein japanischer Arzt hat diese Kärtchen mal gemacht, um das zu testen. Darum soll es aber nicht gehen. Ich will ja nicht groß über Farbfehlsichtigkeiten sprechen. Wichtig ist, wenn ihr die Farbe auch zur Unterscheidung von Dingen nehmt, dann darf es nicht nur die Farbe sein, die die Dinge unterscheidet. Also eine Markierung zwischen, also nehmt die Dateien. Die Dateien sollten sich nicht nur darunter unterscheiden, dass die eine blau ist und die andere rot. Oder die eine grün ist und die andere rot. Sondern auch noch in etwas anderem. Zum Beispiel auch noch in der Helligkeit. Oder auch noch ein Rahmen drumherum. Oder so. Dann hat man schon kein großes Problem mehr. Zahlenkolonnen. Negative Zahlen. Also soll und haben. Kommt da unten irgendwie raus, 5000 Schulden oder 5000 Nichtschulden. Die Schulden nur dadurch auszudrücken, dass man das rot macht, keine gute Idee. Sondern zum Beispiel ein Minus davor schreiben. Oder soll davor schreiben. Oder fett machen. Oder irgendwie sowas. Also irgendwie eine zusätzliche Art der Auszeichnung wählen. Ampeln sind auch solche Sachen. Ampeln haben ja auch nicht nur die drei Farben, sondern die haben ja auch noch drei Positionen. Die Lichter sind ja in der Reihenfolge rot-gelb-grün. Und die wird ja auch nicht getauscht. Es werden ja keine Ampeln mal umgedreht aufgehängt. Oder so. Sondern die sind ja immer so. Das ist damit man auch, wenn man gar keine Farben sieht, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die sehen gar keine Farben, die sehen wirklich monochromatisch. Aber auch die sollen natürlich eine Ampel benutzen können. Ja, gucken wir uns nochmal einmal an. Erzwungene Sequenzialität. Es hieß ja Reduzierung erzwungener Sequenzialität ist unser Ziel hier. Wo haben wir denn erzwungene Sequenzialitäten? Wie kann es denn zu erzwungenen Sequenzialitäten kommen? Chromatische Aberration. Die Sache mit dem Rot und dem Blau. Wo ist die erzwungene Sequenzialität? Das Auge muss ständig neu scharfstellen. Das ist wirklich ein motorischer Aufwand im Auge. Das ist also so gesehen eigentlich kein sensorischer Aufwand, weil der Sensor hinten hat gar nichts damit zu tun. Das ist motorisch. Und das ist eine große Belastung, die auftritt. Übrigens, jetzt gerade nochmal auf den Punkt vorher zurück, das ist auch der Grund, warum auch selbst Leute, die völlig farbenblind sind, damit Probleme haben. Es liegt ja an der Linse vorne und an dem Scharfstellen, was nötig ist, um das Bild scharf zu stellen. Es hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob die Zapfen hinten Farben erkennen. Das ist ja völlig irrelevant an dieser Stelle. Deswegen ist das auch für die ein Problem. Zu geringe Kontraste kann ich natürlich haben, dass ich irgendwie Farben wähle, die zu geringen Kontrast haben. Dann habe ich eine Unangepasstheit an die Eigenschaften des Auges. Ich muss also irgendwie schwierig das zu erkennen, ich muss die Lese langsam, ich lese es vielleicht falsch. Auf jeden Fall habe ich eine starke sensorische Belastung. Wenn ich sogar falsch lese, mache ich hinterher das Falsche, habe ich noch ganz andere Probleme damit. Aktives Elemente nicht erkennbar, denken wir an den Anfang zurück, die Auszeichnung funktioniert nicht, ich habe irgendwie nicht dargestellt, was ich anklicken kann, was ich nicht anklicken kann. Dann muss ich das ja mühsam händisch feststellen. Man nennt das auch Mystery Meet Navigation. Ich habe so ein User Interface und muss quasi das mit dem Mauszeiger komplett einmal so abwandern, um gucken zu können, ob ich irgendwo vielleicht auch klicken kann. Das ist ja keine besonders gute Idee. große motorische Belastung und auch eine mentale Belastung, weil ich muss mir merken, was ich anklicken kann, anstatt dass ich sehen kann, was ich anklicken kann. Signalfarben falsch eingesetzt, hatten wir gerade erst, falsche Aufmerksamkeitsleitung. Dadurch habe ich eine kognitive Belastung, denn ich muss mich immer wirklich richtig dagegen entscheiden. Kann auch zu einer sensorischen Belastung führen, wenn das Ganze auch noch irgendwie so viel auf einem Bildschirm ist, dass es für unangenehme Effekte sorgt. Wo war ich? Signalfarben, genau. Keine farbliche Unterstützung der Figur-Hintergrund-Unterscheidung. Das ist ähnlich wie die Sache, die ich eben gesagt habe, mit der, es stellt sich nicht heraus. Ich muss feststellen, was ist vorne, was ist hinten. Denkt man nochmal an die Reiter. Was ist das Ausgewählte, was ist das Nicht-Ausgewählte, was ist das Vordere und was ist das Hintere Element, wie auch sensorische und kognitive Belastung. Also mit der Farbgestaltung kann man durch wirklich sehr einfache Tricks, ich habe ja nicht viele Sachen erzählt, ich habe ja nur gesagt, vorne heller, hinten dunkler, vorne gesättigt, hinten ungesättigt, ja und hinten blauer, das braucht man aber nicht. Also die beiden reichen eigentlich schon aus, plus die zwei Sachen mit den Schatten, die Möglichkeiten, um was nach vorne herauszustellen. Dann das HSL- und HSB-Farbmodell nehmen, um damit diese Abstufungen auch hinzukriegen. Bestimmte Do's und Don'ts beachten, das waren die ganzen Sachen am Ende, mit wie macht man den Farbverlauf richtig, welche Farben verwendet man am besten nicht zusammen und das ist es schon, ist eigentlich nicht viel, aber damit kriegt man wirklich schlecht gestaltete Nutzungsoberflächen schon ein ganzes Stück besser. So, abschließend gehe ich noch einmal ein auf diese Kriterien. Das sind genau die gleichen wie letztes Mal, es ist kein neues dazugekommen, aber wir können uns natürlich mal überlegen, was hatten die jetzt zu tun mit Farbe. Gut, Erkennbarkeit, gerade gesagt, Kontrast und solche Sachen, ich muss also schon den Eigenschaften des Auges insofern entsprechen, dass ich Sachen überhaupt erkennen kann. Wenn der Kontrast zu niedrig ist, dass die Erkennbarkeit gering ist, habe ich ein Problem. Einfachheit habe ich hier in dem Sinne nicht, würde aber passen, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Ensemble von Farben habe, dass ich dann nicht irgendwie ganz bunt werde. Das würde auch der Einfachheit widersprechen. Unterscheidbarkeit ist natürlich besonders wichtig, das ist das Herausstellen, Auszeichnen, ist gerade Unterscheidbarkeit, da kommt es also hier ganz besonders drauf an. Ablenkungsfreiheit, die Sache mit den Signalfarben, das sollte ich nicht machen, generell, Farben können ablenken, denk nochmal an den Windows 8 Startbildschirm mit den Kacheln, knallebunt, alle knallebunt, alles schreit, Ablenkungsfreiheit. Wiedererkennbarkeit haben wir hier nicht, Attentionalität spielt natürlich eine starke Rolle, ist quasi das Gegenstück zur Ablenkungsfreiheit, wenn ich das also mit Absicht mache, wenn ich mit Absicht es so haben möchte, dass ich auf irgendetwas drauf gucke, was natürlich sein kann. Ich habe irgendwie, ja, was weiß ich, die Festplatte ist fast voll, dann macht es schon Sinn, dieses Element irgendwie farblich herauszustellen, dass man da drauf guckt. dann an der Stelle natürlich gerechtfertigt, bevor das System nicht mehr funktioniert, weil die Festplatte voll ist. So, damit bin ich für heute durch. Ich hätte zwar noch ganz viele Folien zur Typografie, aber heute kann ich sie euch nicht alle erzählen, also erzähle ich sie euch beim nächsten Mal. Alles gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.